so hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen video nach dem tag wartezeit auf dead matter also heute nacht um zwei soll es ja losgehen mit keys rausschicken ich bin um 6 uhr aufgestanden habe extra urlaub genommen und wollte wie viele andere wahrscheinlich einfach nur dead matter zocken ging ordentlich nach hinten runter ich will jetzt gar nicht groß darüber schimpfen oder wie auch immer ich finde es jetzt nicht schlimm ich freue mich weiterhin auf das game und ich denke dass es so was immer schwierig ist vor allem wenn es kleine publisher sind deswegen es ist kein gegen dead matter video im gegenteil ich finde es nur krass also ich würde gerne auch mal eure meinung hören was ihr dazu sagt wie das heute gelaufen ist also die homepage ist einfach offline also da wird auch nicht mehr viel kommen seit zwei uhr nachts ist es und ich glaube ich weiß nicht erst schreiben ein paar sie haben die bekommen aber ob das wirklich so ist weiß ich nicht kann ich mir nicht vorstellen und was ich krass fand ist dass ihr teilweise drin steht in den kommentaren dass den 31 gemacht haben das heute irgendwie der der die das zeit verjährt ist also dass man quasi das geld hier dass das nicht mehr zurückkommt von diesem fond von fundraising von die founding ihr wisst was ich meine und das ist wohl ab heute nicht mehr zurückzahlbar und ab heute ist komischerweise der hat mehr da nicht mehr erreichbar krasses krasser vorwurf ich weiß nicht was ich davon halten soll deswegen würde ich gerne einfach mal eure meinung hören schreibt einfach unter das video oder in die kommentare und generell auch natürlich eure meinung wie das heute gelaufen ist was sie davon haltet ob ihr denkt okay es wird vielen passieren oder ist halt speziell weil es ein kleines kleine gruppe an leuten ist wird ist sowas eben passierbar oder dürfte es nicht passieren und dürfte es vor allem nicht den ganzen tag passieren und ob überhaupt kies rausgegangen sind keine ahnung also ist schon krass ihr müsst euch mal hier auf indigo.com project dead matter euch die kommentare durchlesen das so richtig verschwörungstheorie mäßig und ja wie gesagt ich freue mich weiterhin auf das game ich hoffe dass ich morgen mittag um 13 Uhr wenn ich wieder stream beziehungsweise nicht stehen weil man natürlich das spiel nicht stream darf und ich immer noch auf dead matter antwort warte werde ich mich trotzdem das dem spiel zuwenden und wird mich natürlich trotzdem freuen wenn ihr auf youtube vorbeischaut und auf twitch vorbeischaut und schreibt auf jeden fall eure meinung darunter ist wie gesagt kein hate an das an das an die publisher oder an das game mich interessiert es nur eure meinung kommentiert in den kommentaren und ich bin mal gespannt auf euer fazit nach dem tag warten und bin weiterhin gespannt auf dead matter und sagt ich wünsche euch noch einen schönen abend und vielleicht bis morgen freitag 13 uhr bis dann tschüss